So, heute ist es endlich soweit. Es sieht so aus, als würde Wargaming mit ihrem Versprechen, den Chieften und das 279 zu nerven, endlich durchgehen. Denn heute haben wir endlich die Information gekriegt, was mit diesen Fahrzeugen passiert. Mein Name ist RagingRaptor und ich begrüße euch zum heutigen Video. Und es gibt gar nicht viel zu sagen, wir fangen direkt mit den Nerfs vom 279 und Chieften an. Bevor wir das aber tun, endlich, endlich kommt ein Nerf, der, meine Güte, mal ein bisschen die kompetitive Szene verändern kann. Was bedeutet das? Endlich werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr die ganze Zeit 279 und Chieften Spam sehen. Heißt auch natürlich, dass für neue Spieler, die in die kompetitive Szene reinkommen, der Chieften nicht mehr das Nonplusultra ist und das gleiche auch für das 279 gilt. Nun, was hat denn Wargaming ganz genau an diesen beiden Fahrzeugen geändert? Beim Chieften, Topgeschwindigkeit ging runter um 6 kmh, die Wanderergeschwindigkeit wurde genervt, der DPM wurde ordentlich genervt, sowie die Premium Munition. Bei ersten Hinblick dachte ich mir so, na gut, ja, Mobilität-Nerf ist jetzt so eine Sache, DPM-Nerf, whatever, Gunhandling wurde nicht angefasst und die Panzerung bleibt bestehen. Aber je mehr man sich darüber nachdenkt, was genau der Chieften, zumindest in der kompetitiven Szene ist, und das ist ein fast so schneller Medium, der aber einen unpenetrierbaren Turm hat mit gutem DPM, hat sich da schon einiges geändert. Denn nun verlieren wir an und für sich einen Turbolader. Eben nur so als kleine Vergleich hier, normalerweise fährt das Ding in 52 kmh mit dem Turbo. Das Ding ist halt eigentlich Wicked Steer, das ist ziemlich schnell unterwegs, dieser Panzer. Und dazu kommt auch noch der DPM-Nerf, denn dieser DPM geht runter von, wenn wir es hier vergleichen, habe ich schon vorbereitet, mit einem 277, von 2500 Base auf nur noch 2200 runter. Das heißt also, wir gehen eigentlich von einem DPM, der besser ist als der vom 277, auf einen DPM, der um den gleichen Wert schlechter ist als beim 277. Und, ihr könnt es jetzt schon sehen, wir sind jetzt schon eigentlich schneller, langsamer als in 277, danach sind wir noch langsamer als in 277. Auf was möchte ich denn hier hinaus? Wie schon gesagt, momentan hat man den Chieften in der kompetitiven Szene gebraucht, um einen schnellen Heavyum zu haben, der gleichzeitig auch noch unpenetrierbar im Bereich Holddown ist. Auf Karten wie Lakeville, auf Klippe, kann man den ohne Probleme benutzen. Jetzt muss man sich dann höchstwahrscheinlich als Feldkommandant überlegen, bleiben wir überhaupt beim Chieften? Oder nehmen wir jetzt ein 277-260-Kombo. Ein Kombo, wo wir schnell fahren, hohen Alpha haben, guten DPM haben und die Leute überfahren können. Vor allem, da wir jetzt nicht mehr so schnell in die guten Positionen reinkommen. Denn seien wir jetzt mal ehrlich, wenn ich eine Position verteidigen will und ich eh nicht so schnell sein muss, dann nehme ich doch einen Super-Conqueror. Klar, der hat einen schlechteren Turm als der Chieften, aber dafür ist der DPM viel, viel höher. So und so muss ich jetzt sagen, Chieften-Nerf, doch interessant, ist definitiv wichtig im Komp, doch ein bisschen schade, dass sich an der Panzerung nichts geändert hat. Aber man kann sich sagen, hey, DPM und Geschwindigkeits-Nerf, kein Gun-Handling-Nerf, also ist er doch nicht zu frustrierend, dann wieder noch selber zu spielen. Zum 277, da passiert mehr oder weniger eigentlich genau das Gleiche. Wir verlieren Top-Geschwindigkeit, wir verlieren Penn auf der Premium, wir verlieren DPM und wir verlieren Strukturpunkte. Vor allem aber hier, einerseits ist die Top-Geschwindigkeit, die genervt wird, ein Problem, denn das 279 ist schon langsam eigentlich. Dafür hat er auch die enorme Panzerung. Aber man konnte mit Turbo spielen oder mit diesem experimentellen Dingenskirchen, wie auch immer das heißt, funktioniert. Und es ist in Ordnung, man kann damit leben. Das Ding ist jetzt aber, einerseits, da dieses Fahrzeug jetzt langsamer geworden ist, kannst du nicht mehr so gut Rotations machen. Zum Beispiel Karten wie Fischerbucht, wo wirklich 279 nur gespielt wird, wird es jetzt schwieriger. Und das andere, was auch jetzt zum Beispiel Himmelsdorf ist, auch nicht, dass wir so viele 279 sehen. Das Problem aber, was meiner Meinung nach kommen wird, sind diese 20mm Penn, die jetzt noch verloren gehen. Auch hier habe ich euch ein paar Sachen vorbereitet. Ein Panzer, den man oft zieht im 279, ist ein E3. Zum Beispiel Ensk, perfektes Beispiel. Hier haben wir jetzt 340mm Heat und hier haben wir 320mm Heat, der Nerf, der kommen wird. Und ihr könnt es sehen, alleine schon bei der Unterwanne, da hat sich eine ordentliche Anzahl an Grün, geht einfach weg. Also wird es viel, viel schwieriger, das zu pennen. Auch die Kuppel geht von immerhin der 25% Chance auf nur noch 6%. Weil seien wir ehrlich, wenn zum Beispiel dieser E3 hier Hold Down steht, kann man immer noch probieren, hier die Kuppel zu pennen. Oder auch hier die Kanonenblende mit 330 Heat. Klar, es ist schwierig jetzt hier, aber es kann gehen, die Kanonenblende zu pennen. Dann mit der 320mm Heat, vergisst den Fisch. Und eben auch die Kuppel, vergisst den Fisch. Hier oben geht es noch einigermaßen, könnt sogar sehen, 70%. Hier, ja, wird es immer weniger. Und der andere Punkt ist, oft spielst du ja 279 versus 279. Und logischerweise, die Kuppeln, die ändern sich nicht, die sind immer noch einfach zu pennen. Aber die Wanne, das ist ein großer Unterschied, weil normalerweise benutzt du ja 279 in einem Push. Rails auf Himmelsdorf oder eben Fischerbucht Mitte. Und genau dort wirst du den Nerf von der Prämienmunition merken. Da wirst du halt nicht mehr diesen Easy Pen auf der Oberwanne haben, sondern du musst ihn schon ein bisschen näher genau in der Mitte zielen. Aber schlussendlich, im Bereich Pulldown, da hat sich nicht viel geändert. Also das ist immer noch genau der gleiche Stuss. Das Problem ist halt einfach, das große Problem beim 279 ist ja halt auch gewesen, die extrem starke Panzerung, vor allem wenn das Ding ein bisschen Pulldown steht, da kommen die Gegner echt schlecht durch. Das hat sich jetzt nicht viel geändert. Es hat sich nur dafür geändert, dass eigentlich das 279 nicht mehr viable ist für kompetitive Szene mit dem Nerf. Nichtsdestotrotz, ich finde es eigentlich ein ordentlicher Nerf, ein guter Nerf. Wird sicher spannend. Ich wüsste jetzt persönlich nicht, was man anders machen könnte, außer bei beiden Fahrzeugen einen neuen Weakspot hinzuzufügen, dass sie angenehm sind, dagegen zu spielen. So. Sechs Minuten gelabert, sieben Minuten bald und das sind nur die zwei wichtigen Panzer gewesen. Jetzt gibt es noch ein paar andere Fahrzeuge, die auch noch interessant sind. Der WZ-TD kriegt einen ordentlichen Buff, wird schneller, kriegt einen guten Buff bei der Mündungsfeuergeschwindigkeit der Standardgranate, noch ein bisschen mehr DPM und Genauigkeit nimmt man mit. Ist in Ordnung. Ich wünsche mir noch einen Buff zu dieser Flanke hier, anstatt 80 vielleicht 100 oder 120 Millimeter, aber großer Nerf auf dem 268 version 4. 10 kmh weniger Topspeed. Das ist, äh, ja. Das ist nicht gerade wenig. Also das macht den Panzer ordentlich langsamer. Die WZ-Geschwindigkeit wird dafür ein bisschen besser, aber auch die Pferdestärke pro Tonne gehen runter und der Entfernungsmesser, der kriegt auch noch mal ein bisschen weniger Panzerung. Finde ich in Ordnung. Finde ich eigentlich sogar gut, weil das Swap-Check, das kann schon echt mühsam sein. Also ich habe das Ding schon öfters auch mal gefahren und er macht halt eigentlich schon ordentlich Laune zu fahren. Vor allem halt einfach, indem du mit voller Geschwindigkeit mehr oder weniger ins Gesicht vom Gegner rein rommelst. Und das funktioniert mit dem 279 sehr, 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 sehr gut. Das ist jetzt das tolle Setup, sind wir jetzt mal ehrlich. Habe ich überhaupt noch ein normales Setup-Training? Ja, doch. I prefer not to speak. Aber ja, interessanter Nerf. Sicher auch abgeaimt an die Leute, die viel von diesem 7 vs. 7 Modus gespielt haben. SD2-Buff, interessant. Vor allem finde ich die Turmfront-Panzerungs-Buff interessant. Und der DPM-Buff nimmt man so mal mit. Also, ne, da hat dann mehr oder weniger, der hat besseren DPM als das 279, by the way. Und dazu habt ihr noch die Möglichkeit, den zweiten Schuss zu machen. Aber ihr habt weniger, ähm, da ist schon wieder weniger Penn auf der Premium, immer noch. Und ihr habt diesen riesen Kuppel. Ist so eine Sache. Aber interessanter Buff. Und ein VZ-55 Nerf. Finde ich auch super. Ich finde es sehr gut, dass man den Nachladezeit zwischen den Schüssen generft hat. Also von 2 Sekunden auf 2,5. Ich würde sogar sagen, 3 Sekunden wäre angenehmer. Ja, dazu auch noch Einzelzeit generft. Und auch noch hier die Nachladezeit des Clips generft. Also Buffs, die finde ich eigentlich so in Ordnung. Man kann jetzt argumentieren, dass man die Ziel-Einzelzeit nicht hätte nerfen sollen. Und vielleicht hier dafür auf 3 Sekunden. Aber man kann sagen, das ist so in Ordnung. Ja, nachdem dieser Panzer gebufft, dann wieder generft und wieder gebufft worden ist, hat er jetzt doch nochmal einen Buff jetzt eben gekriegt. Und das ist bessere DPM, mehr Sichtweite und mehr Standardpensel, sowie auch mehr Panzerung. Das ist interessant auf diesem Fahrzeug hier. Also die oberen Platten, die werden ein bisschen gebufft. Wir können sehen, schräge Panzerung, schräge der oberen Frontplatte. und gehen auf 220 Millimeter. Von wilden, was waren es? Ähm, 198 und 194 oder so. Da müsste ich jetzt mal ganz kurz gelubschen gehen, welche Platten da Wargaming ganz genau meint. Weil ich bin da ein bisschen verwirrt. Da muss ich ganz ehrlich sein. Höchstwahrscheinlich meinen sie diese Platten hier drüben oder diese. Ich weiß es nicht ganz genau, weil keiner von denen hat diese Dicke, die Wargaming sagt. Aber entweder ist es diese Platte und diese Platte oder diese Platte und diese Platte. Höchstwahrscheinlich diese und diese. Mal schauen. Das sehen wir dann, wenn Wargaming uns genauere Daten gibt. Ist in Ordnung. Ich glaube aber eher, der Turm wäre noch ein bisschen ein Buff-Potenzial gewesen, weil der kann teilweise echt mühselig sein. Und das kann ein Handling. VKOP-Ausführung A kriegt einen ordentlichen Buff, mehr HP, mehr Panzerung. Und das zweimal. Das ist heftig. Weil der hat ja schon mal einen Panzerungs-Buff gekriegt. Jetzt kriegt er noch einen. Und der Turm geht auf 260 Millimeter hoch. Stark. Dazu besseres Gun-Handling, bessere DPM. Bin ich mal gespannt. Wangen des Turms. Finde ich ein bisschen komisch, dass ich jetzt genau meinen, welchen Turm jetzt. Ist jetzt so eine Sache. Aber wird sicher interessant. Wahrscheinlich diese Wangen hier drüben, meinen sie mit Wangen. Mal schauen. Ja. Nehmen wir ihn so mit. T69. Auch sehr interessant. Der hat jetzt bald so viel Gold-Pen wieder, wie er dazumal hatte. Da hatte er früher mal 300 Millimeter. Dann wurde es runtergenervt auf 250 oder so. Jetzt hat er wieder 280. Ich finde aber die Einzelzeit und die Genauigkeitswörter, die sind super. Premium-Pen, Buff und so. Ja. Müsste jetzt nicht sein. Aber ich finde die Genauigkeits-Buff super. Auch der Pershing. Hier bessere Genauigkeit, bessere Einzelzeit, bessere Standard-Pen und bessere DPM. Sogar um einiges nochmal. Nimmt man so mit. Die Bulldogge. Genau der gleiche Käse. Kriegt auch mehr Pen. Gut, nur 5 Millimeter. Ein bisschen bessere DPM. Bessere Genauigkeit, bessere Einzelzeit. Das finde ich komisch. Der Arte 15 kriegt mehr Topspeed, aber die Tortoise nicht. Kontinuität ist ein bisschen wild. Muss man auch mal so anmerken. Aber die Panzerung hinter der Kanonenblende. Das ist super. Das war ein riesiger Weakspot beim Arte 15 hier in der Mitte. Und da wurde es eigentlich wegradiert. Heißt also, wir haben nur noch die Kuppel Weakspot und den Weakspot hier drüben. Das ist interessant. Und der 110er kriegt auch noch einen Buff. Untere Wannenplatte nimmt man so mit. Churchill 1. Besseres Gunhandling, bessere Einzelzeit. Gut, nehmen wir so mit. Churchill 7. Kriegt 5 kmh mehr Topgeschwindigkeit. Und besseres Gunhandling und bessere Einzelzeit. Das nimmt man so mit, weil das ist definitiv nicht schlecht. Die Wannenplatte oder wie soll ich sagen, Genauigkeitsbuffs, die sind in Ordnung, aber nichts Weltbewegendes. Der Black Prince, der ist der, der kriegt ordentliches Gunhandling-Buff. Guckt euch das mal an. Der kriegt doppelt so gutes Gunhandling während der Wanddrehung. Und dazu noch bessere DPM und schnellere Einzelzeit und die Wanddrehung, äh, die Tumgenauigkeit wird auch nochmal besser. Also das ist, ähm, stark. Also vor allem auch die Top-Speed-Geschwindigkeit. Nehmen wir mal mit. ACMLE kriegt auch noch einen Buff, äh, bessere Genauigkeit, bessere Einzelzeit, bessere Genauigkeit während der Wanddrehung und Kanonendrehung und, ja, bessere Wandpanzerung. 20 Millimeter. Dann haben wir noch Premium-Buffs und den verstehe ich nicht. Also ich finde den Patriot verdammt stark. Oder benötige ich das. Wie ist das einfach, dass ich am Kopen bin oder so. Aber Wargaming hat sich ja entschieden. Der kriegt einen Top-Geschwindigkeits-Buff, Top-Speed-Buff, einen Rückwärtsgeschwindigkeits-Buff, einen absurden Genauigkeit während der Wanddrehung-Buff, bessere Genauigkeit, nochmal gute, bessere Zielerfassung oder Einzelzeit und schnelle Wanddrehung. Ei, ei, ei. I don't know. Also das finde ich ein bisschen heftig, weil der Patriot, der könnte echt stark werden. So, weil er ist schon stark. Er ist schon ein guter Holddown-Heavy. Und das Gunhandling ist ein bisschen weg, weil er schon ein guter Holddown-Heavy ist und dazu noch einen guten DPM-Up. Und jetzt hat er eigentlich alles außer Alpha. Ei, ei, ei. Bin ich jetzt nicht so zufrieden. Aber der Buff beim Liberté, den finde ich super. Den finde ich wirklich gut, weil der hat schlechtes Gunhandling und schlechte Einzelzeit und schlechte Sichtweite und all diese Aspekte werden gebuft. Das macht diesen Panzer nicht OP, weil ihr habt immer noch die große 60mm-Kuppel, die sogar mit HE gepennt werden kann. Aber jetzt habt ihr immerhin gute Sichtweite und endlich auch gutes Gunhandling. Also dieser Buff, den freue ich mich. Der wird nice. Piloten-Buff kriegt einfach bessere Kanonen, also bessere Penn-Werte. Whatever I guess. Centurion 5.1 sowie Stridswagen kriegen bessere Genauigkeit während der Wanddrehung. Interessant, beide nun gleich. Und der FV kriegt auch bessere Gunhandling, bessere Sichtweite und noch besseren DPM. Finde ich auch Knorkeln. Und zu guter Letzt die Turtle. Bessere Top-Geschwindigkeit, bessere Götz-Geschwindigkeit, absurd bessere Wandregelgenauigkeit, bessere Penn-Werte und auch bessere mündungsvolle Geschwindigkeiten. Das ist wichtig, weil bei der Turtle hast du das Problem, dass die Schüsse oft so arken. Das wirst du jetzt nicht haben. Das, äh, interessant. Also das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich sehr interessant. Ich weiß, ich hab jetzt gerade ein bisschen gespeedrunnt, weil ihr könnt das euch alles nochmal selber nachgucken und ich möchte euch einfach kurz noch ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Ich find's gut, dass endlich Nerves kommen, vor allem für 279-Schieften. Ob sie richtig angesetzt sind, wird sich dann zeigen, wenn man diese Fahrzeuge dann mal spielt und ob sich dann auch was in der Meta ändert, weil ich kann's langsam echt nicht mehr sehen. Ich krieg langsam die Krise, wenn du Vorstöße und so fährstest. Dann gibt's auch keinen Grund mehr für mich Vorstoß und Clanbox zu spielen, weil es ist einfach nur langweilig. Ich möcht mich eh nicht mehr verbessern, wenn ich ehrlich sein muss. Ich hab eh Besseres momentan zu tun mit Abschluss vom Studium, den ich gehabt habe mit meinem neuen Job. Aber das finde ich jetzt echt interessant und ich find's wirklich toll, dass sie nichts das Gunhandling genervt haben, aber die Mobilität und die DPM. Das heißt also, klar wird das Fahrzeug frustrierender zu spielen, aber nicht im Sinne von, oh, es ist wie ein Kranwagen, wo du gerade gar nichts mehr triffst. Weißt du? Ich find das echt gut, dass Wargaming jetzt auch bei diesen meisten Fahrzeugen nicht unbedingt das Gunhandling genervt hat, sondern eher halt DPM und Mobilität angefasst hat. Finde ich echt super bei den Nerfs. Außer der VZ, der hat da halt ja, Genauigkeits- oder Einzelzeitnerv gekriegt. Aber lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich danke für das Zuschauen und ich glaube, ich brauche jetzt einen Kaffee, damit ich da noch die englische Version machen kann. Cheers und man sieht sich, Leute. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee.